hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge foundation so hier unten seht unsere werkstatt wird weiterhin schön aufgebaut das freut enorm unsere milch müsste langsam in strömen fließen jawoll unser käse wird tatsächlich auch ein kein wenig mehr das wird kranios und wir können natürlich hier wir können mal ein bisschen dekoration hier ist dekoration die kostet auch nicht und wenn dekoration nichts kostet dann ist dekoration immer gut wir fangen an hier 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 passt hier auch noch nach ja komm da klatschen ein hin das sieht doch an sich ganz niedlich aus dann vielleicht auch hier fangen wir fangen die ersten häuser an hier 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 und hier und natürlich hier noch ein und das war's dann dann den mal weg dann hier gucken gibt es da noch was da gibt es nicht mehr gerade egal da ist ein neuankömmling bitte schön und dann zum kurier ein hoch auf die arbeiter ja komm machen wir das hat letztes mal mit dem brot funktioniert wird diesmal hoffentlich auch wieder funktionieren ja schön da ist schon wieder das erste skript fertig läuft hier hinten ist 1000 marmor oder so okay gold okay das passt schon das geht dann bis hier vor hierhin jawohl genau da ist mülze und hier vorne ist der juve dir sehr schön der macht dann da ein bisschen da oder hat sich schon wieder spielwetter menschen irgendwie jede zweite dritte folge jede zweite folge dreckswetter ach die spawnen hier in dem waldgebiet das ist ja niedlich okay dann kommt da wieder jemand neues da vorne näher ist kein kaufmann der latscht durch den wildschwein verseuchten wald aber hey holz für den bischof natürlich der bischof soll holz bekommen haurein bischof so da nähern sich die neuankömmlinge und wir müssen hier weitermachen ne also wir müssen hier nochmal zack zack und ich würde sagen wir machen das als neben gebäude ohne funktion nein wir machen das als gröntchen ein ort um bräuter und bären an zu pflanzen ja ne sehe ich jetzt irgendwie nicht hier kapelle klingt gut zack hier nochmal hin hier ran sieht das gut aus das sieht auf alle fälle annehmbar aus dann nochmal hier hin und dann fehlt uns eine tür weil er denkt das würde da nicht hingehören okay dann gehen bitte einmal weg gehen bitte einmal weg dann einmal hier rüber dann einmal hier runter wo bist du nein das ist falsch bitte hier weg so einen gläubigen willkommen heißen was ähm okay euer bischofs baumaterial ich will einfluss innerhalb des klerus ja das hat uns jetzt unglaublich geholfen da können wir jetzt hier mal machen so und dann hier drauf und dann auf klerus und dann haben wir eigentlich alles schon was wir hier ne so bis 24 sind wir in die miese jetzt kommen wir hier rüber da jetzt haben wir haben wir hat funktioniert hier ist der ja mark da hin da hin da ran und guck jetzt funktioniert es also man muss das dann auch nur ne dann funktioniert das auch das gibt ein plus von 4 das freut uns enorm ich glaube nur langsam nicht mehr dass wir da was großartig hier können wir auch nochmal einen hin blieben hilft uns aber auch nicht allzu deutlich so und so dann sind wir bei plus 10 aber wir bräuchten halt so viel mehr da können wir noch und da können wir auch noch dann dann werden wir bei 14 von 24 ja hau rein baudert läuft alles kapelle ne hau hau rein das funktioniert schon da und weiter geht's da kommt der nächste Händler da wird hier wird da wird dort wird was würden wir denn noch benötigen volle haben wir erstmal ausreichend hier hinten wird irgendwie auch nicht weniger hier näher sich dem dort ähm ist es uns eventuell möglich ja gut der weg ist natürlich schon enorm aber wir wollen das jetzt trotzdem ausprobieren geh mal hier hin Warenproduktion und zwar hier ja ich sehe das ist eigentlich eine ganz süße Sache hau das mal hier so hin so 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 ist glaube ich ganz cool wenn wir wieder Geld haben jetzt haben wir Geld baue ihn hin so kurier bitte dem audience kurier was möchtest du versorgt die Wandermönche okay jetzt können's 50 Bären dann weißt du was dann im Geld ist Pro-Räte gekiefert ja das ist vom Bastisch hier oben wird jetzt hier oben wird jetzt hier oben wird jetzt erstmal gebaut und gebaut und gebaut und gebaut das ist ne das ist aha Teilnahme ja 120 Leute passen da jetzt noch rein aber da das werden mehr glaubt mir das werden mehr so wir bauen da das hin da das hin da das hin wo sind denn eigentlich wo sind denn eigentlich wissen wir nicht ne haben wir haben wir gerade keine Art kann das sein dass hier hinten noch da ist eine da ist eine aber ich befürchte wir brauchen hier hinten nochmal eine also komm hier her die da hin hier her so rum da ran bauen drei Personen rein und dann wollte ein kurier etwas von uns probier was willst du also okay das klingt arbeitsstätten hier das hätten wir gerne geschenk erhalten ein handelsbonus von 25% import werkzeuge das ist sehr gut das gucken wir uns direkt an denn ähm ja ressorten wir kaufen gerade wenn mich nicht alles täuscht wir kaufen hier gar nichts hier das kaufen wir nicht mehr wir kaufen stattdessen hier und zwar und zwar bis zu einem Wert von ja eigentlich eigentlich ist 50 okay mach das bis zu 50 kaufen wir dir jetzt das ist in Ordnung bitte tu das kaufen bis hier verkaufen bis so sehr schön Bretter können wir alles oberhalb Stückzahl von ich würde mal sagen 400 können wir verkaufen so hau mal rein da da dann ist der hier auch fertig sagt gleich wieder ein hallo kann ich keinen Dorfbewohner zuweisen weil mindestens gemeiner äh so ja dann würde ich sagen diese Käserin diese Käserin geht jetzt da rein und wo ist der verdammt wo haben wir die jetzt raus Schiet das war ein fröhlicher Jahrmarkt das freut mich enorm äh ja beherbergt gut Bäcker Bäcker falsch mir fehlt irgendwo ein Käser wo sind die Käser wahrscheinlich hier oder ne da nicht natürlich da nicht raus wo sind die ganzen Käser jetzt wird's anstrengend da ist ein Weber da kriegen wir auch noch einen rein hervorragend da kommen da kommen Stoff gewöhnlich Kleidung Haushaltswaren alles alles gut mittel hoch 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 sehr gut ein Unwetter zieht auf das ist weniger schön so Neuankömmlinge kommen ins Dorf das ist doch schon deutlich besser ich finde die Käser gerade nicht bin blind bin absolut blind gab es hier nicht irgendwo auch so eine Funktion mit so viele hast du mein Freund so viele brauchst du Haushalte einfache Auflösung Dorfbewohner hier Markthändler Jäger Jäger ok wo ist der wo bist du Baudry Baudry wo bist du da ist Baudry und Baudry wohnt nirgendwo aber du müsstest doch hier hast du hättest du doch ein Wohngeber ja und hier auch aber das hilft uns halt nicht ne ja versteh schon hallo möchte nicht jetzt aber oder jetzt hat's funktioniert eine neue Geschichte kann gehört werden überschüssiges Baumaterial ausgezeichnet hau rein das könnt ihr tatsächlich machen wenn ihr das wollt hier oben wird auch noch gebaut noch zumindestens da ist nochmal ein Bäcker da ich hab grad keine Ahnung aus welcher Käser da ist auch zack rein da pass hier können wir nicht weil dafür brauchen wir mehr guck mal her da hm müsste öffnen einer müsste gehen und wir nehmen jetzt wir sind jetzt ganz assi hier runter mit dir weiter nach oben weiter nach oben viel weiter nach oben hier was bin ich bin ich jetzt hä wir haben doch noch mindestens einen ohne beruf ankunft hier hoch ok dann geht das nicht hm schade ich hab jetzt gedacht ich bin ganz schlau und ne ja dann halt hier ähm zeige mir deinen Arbeitsplatz hier hinten sehr gut dann wieder raus das ist die hier rüber hier lang hier da zack dann du nein so so ist so das ist gleicher beruf neider becker aber bist du nicht äh hier der becker auch in ordnung kann ich absolut mit leben das heißt du du hier hier dann hier raus hier rüber laufen lassen den becker lassen wir es mal eben da müsste nämlich gleich einer raus verschwinden oder auch nicht weil ich ja ach ach wie schön war natürlich ein anderer becker natürlich wer hätte es gedacht wahrscheinlich war es hier hinten raus nein war es nicht ja dann gucken wir mal denn wir haben ja ein paar becker ein paar ein paar becker hätten wir ja ne da war einmal Bäckerei am markt da ist zweimal Bäckerei am markt war hier hinten ja auch noch irgendwo einer versteckt ich weiß es nicht ich finde nicht hier nicht hier hinten auch nicht hier du warst es definitiv nicht weil du kein Bäcker bist sondern ein Käse hier hier zack und rein da und rein da mit einem neuen Bäcker ein neuer Bäcker neuer Bäcker neuer Bäcker hier wird gekämpft und gemacht und getan und hier unten geht es auch langsam voran wie sieht es hier oben aus hier oben sieht es nicht aus als würde da jemand was tun aber da wird wohl was getan ok sehr schön hier 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 und dann würde ich sagen hier 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 jetzt fängt es mit dem berger weiter holzfäller jäger jetzt fängt es halt mit dem bauern an ganz einfach wird von oben nach unten durchbefördert. Punkt wird sich aus Ende an. Da wird nicht mehr lang rumgefressen. Zumal wir ja auch einfach langsam, aber es ist ja einfach mehr Gold, damit wir mal ach ja, ach ja. So, da haben wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was. Wie sieht es hier drüben aus? Da sind auch nochmal sieben. Ja, den, den, wenn wir endlich bauen könnten, ne? Das wär's, aber hm. Dem ist halt, ne? Dem ist halt so her einfach nicht. Hier drüben, hier oben, da behauener, da holz, nochmal Steine. Steine und Steine und Marmor. Eieieieiei. Tatsächlich momentan grad nichts, ne? Weil Beschäftigung läuft nicht. war schon schade. Hier zack, direkt einmal außenrum, ne? Weil Baumeister läuft. Baumeister läuft. Oh, ich glaub, wir haben, haben wir? Hatten wir den hier? Ja, vielleicht noch, da schauen wir. Da passt auch noch einer rein. Zack. Dann haut das. Und hier würde ich fast sagen, wir können mal... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das hinhaut, aber... Learning by doing. Eiskalt, ne? Eiskalt, da rein, dann hier hochgeschoben. Ja, Geld ist grad so ne Geschichte, wa? Wo können wir... Muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich jetzt nicht verstehen, machen wir trotzdem. Aber jetzt geht's ein bisschen... Wie gesagt, ich verstehe das hier oben nicht. Da haben wir ein Minus-Tag, kommt trotzdem Geld rein. Also... Boah... Ja. Die Chronik. Armee, der Fortschritt. Ja, alles, alles, ne? Alles gut. Ungenügende Unterkunft. Wer? Ja, ich weiß. Ich weiß, junger. Was soll ich tun für dich? Ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Leider. Ich würde so gerne... Ich würde so gerne hier hinten den Markt für dich bauen. Nur für dich. Kann ich aber nicht, weil nicht genug Geld. So, wie sieht's hier aus? Hier haben wir immer noch eine Besucher, einen Besucher als Anzahl. So, da kommen neue Leute. Da geht's. Komm her. Neue Leute regeln. Kaufmann kommt Richtung. Sehr schön. Wenn der hier steht, dann setzen wir da auch rein. Hier wird auch... Das läuft ja, wa? Das läuft. Dann jetzt ein Kaufmann. Wo ist er? Da ist... Da ist, glaube ich, ein Bote. Na ja, mach hier... Zack, weg damit. Und was willst du? Du willst, dass ich Holz liefere. Auch das tue ich gerne. Da ist die Schneiderei gebaut. Bitte einen da hinein. Sehr schön. Hervorragend. Hier runter, hier rüber. Hier lang. Da ist auch noch mal einer. Da ist schon einer drin. wäre... Da wäre Kleidung. Da habe ich ja hinten nicht, wo die Wolle hin könnte, ne? Aber halt mal Jahren. Wir sollten vielleicht unter Umständen eventuell hier kann das hin, hier kann das hin. Da kann Stoff hin. Da kann Kleidung hin. Hier oben kann Stoff hin, aber ich will hier oben doch mit drunter oben den Stoff hin. wir lassen die Kleidung da und hier unten das hier der Stoff der kommt weg. Da kommt Wolle rein. Genau. Da kommt Wolle rein. Dann hat der nämlich auch was zu tun. Da sind Neuantömmlinge noch und nöchtern. Jo. Genau so machen wir das. Das wird großartig. Ja. Uns Geld wird tatsächlich momentan ich weiß nicht warum wieder mehr noch weniger, obwohl wir irgendwie ein dickes Plus haben sollten. Aber offensichtlich nicht nicht so gut lustig weiß nicht. Dann haben wir das noch. Den gerne mal da hin. Dann hier hoch. Dann bitte hier einmal bauen. Dann können wir das da rein. Dann kommt hier. Dann wird das hier verteilt. Dann haben wir doch doch ich denke das wird funktionieren. Oh der kommt hier gar nicht mehr. Der läuft nur noch hier rauf und runter. Das ist ja lustig. Okay. Wie sieht es denn aus mit unserer Milch? Milch sieht hervorragend aus. Käse sieht nicht so hervorragend aus. Was bist du? Du bist ein Wohnhaus. Du bist eine Käserei. Okay. Wir werden mal wisst ihr was? Eins weisen wir jetzt noch an und dann hier hin gehen. Hätte ich noch ganz gerne hier hin drin. Würde sagen einmal so. So machen wir das. Da bauen wir den hin. Zack. Baue er. Mache er. Und dann würde ich sagen meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst dich zu bewerten. Lass gerne einen Kommentar da. Bis dahin und Ciao.